Guten Morgen meine Lieben! Ja wir sind hier alle noch im Schlafanzug. Wie man sehen kann, wenn ich hier mit meinen Hausschlappen. Wir haben gerade gefrühstückt. Es ist, was ist heute für ein Tag? Samstag. Vergiss nicht Pokémon-Karten. Ja ich zeige gleich deine Pokémon-Sammlung. Milan bitte. Ja Milan ist ja sehr verrückt nach Pokémon und er hat gestern von seinem... Karten! Ja von alles von Pokémon bist du verrückt, nicht nur Karten oder? Ja. Und er hat gestern von seinem besten Freund alle Karten bekommen, die er doppelt hat. Und ich dachte mir so, jetzt kriegen wir halt so 10, 20, 30 Karten, keine Ahnung, jetzt guckt euch das mal bitte an. So, der Milan ist hier fleißig am Sortieren. Oje, der jetzt hat es glaube ich oben gerade wehgetan. Da ist es mit dem Papa. Alles okay? Okay, ich kriege keine Antwort. Milan, zeig mal dein Buch. Der Milan ist richtig stolz und sortiert hier alles ein. Wir haben sogar noch ein Album, was voll ist, gell? Das hier, hier fängt man an. Genau, erklär mal. Das wird jetzt sortiert nach verschiedenen Typen irgendwie. Also langsam habe ich den Flo raus. Warte mal, ich will noch dein anderes Album zeigen, was wir gemacht haben gestern. Gestern haben wir das hier sortiert, ne? Ja. Zeig mal Milan. Das ist auch schon komplett voll. Oh, Vivi, alles okay? Sie hört, dass der Elias sich wehgetan hat und meint, jetzt weint sie hier auch. Alles gut, mein Schatz, komm zu uns. Ist nicht so schlimm, der Papi ist beim Elias. Der Papi ist da. Oh, so mitschörend, gell? Alles gut, mein Engelchen. Zeig mal Milan. Okay, Milan hat hier alles schön sortiert. Richtig, richtig toll. Aber, jetzt passt mal auf, ich muss jetzt mal die Tüte zeigen, Milan, oder? Wir haben ja noch eine ganz volle Tüte. So, und wer denkt, das war schon alles, jetzt passt mal auf. Wir haben sogar noch, oh mein Gott, noch eine mega volle Tüte hier mit Karten. Oh mein Gott, also wir werden die jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich immer mal einsortieren und uns so einen Stapel rausnehmen. Und er hat auch gestern noch den hier bekommen. Wie heißt er nochmal, Milan? Ich kann mir die Namen nicht merken. Wie heißt er? Garadon. Garadon? Garadon. Irgendwie sowas, okay. Den hat er auch noch bekommen. Wir sammeln ja auch die Figuren. Also, was heißt wir? Er. Und hier ist überall noch ein bisschen Kars. Überall fliegt wieder was rum. Ja, typisch im Arm live. Ich bin auf jeden Fall froh. Okay. Und drauf hier entwickelt sich ein Sackkorn. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn wir hier endlich die ganzen Sachen mit rübergenommen haben. Ja, wir haben jetzt schon langsam angefangen, ein paar Sachen ins neue Haus zu bringen. Aber natürlich will ich für die Kinder hier zum Spielen was lassen. Aber jetzt die nächste Woche werde ich auch hiervon schon so ein bisschen was mit rübernehmen. Ähm, ähm, damit hier ein bisschen mehr Platz ist. Und im Keller haben wir auch schon angefangen. Da ist es schon viel leerer geworden. Wie ihr seht, ist Karfreitagumzug nichts geworden. Ist ja auch total dumm. Man darf ja gar nicht an Karfreitag umziehen. Das hatte ich auch total vergessen. Ähm, das heißt, wir haben das Ganze nochmal verschoben. Es gibt auch tatsächlich noch ein, zwei Sachen, auf die wir warten. Wichtige Sachen, ohne die man nicht umziehen kann. Ähm, und ja. Die sollen jetzt hoffentlich nächste Woche kommen. Nächste Woche kommen jetzt auch alle Möbel, das Ankleidezimmer und auch das Treppengeländer. Das wollten wir nämlich nach den Möbeln montiert haben, damit man die noch einigermaßen gut die Treppe hochbekommt. Und, ähm, ja, also nächste Woche wird wirklich alles fertiggestellt. Mama, die haben es kapiert hier. Okay, und dann gehen wir die Woche drauf ins Haus. Ja, wir haben jetzt den 14. April-Final angepeilt und mit dem Umzugsunternehmen ausgemacht. Dass wir hier noch ein paar Tage Luft haben, alles vorbereiten können. Und, ähm, ja, dann machen wir einfach Mitte der Woche. Dann hoffe ich, dass wir das bis zum Wochenende alles erledigt haben. Und ausgepackt haben, eingeräumt haben. Ja, wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel Arbeit. Man hört, ich bin immer noch krank. Mich hat es irgendwie erwischt. Ich bin erkältet. Hab auch schon zwei Corona-Tests gemacht. Also, Gott sei Dank bin ich negativ. Ähm, ja, es gibt auch eine normale Erkältung ohne Corona noch. Erstaunlicherweise. Äh, ja. David ist auch erkältet. Die Kinder Gott sei Dank nicht. Beziehungsweise nicht mehr. Die hatten auch ein bisschen eine Rotznase. Mama, was machst du mir? Wirklich, ich musste mir dann jetzt helfen, die Pokémon-Karten zu sortieren. Und musste mich sowieso auch mal anziehen und fertig machen. Die, äh, wird gewaschen. David und ich, wir sind gerade dabei. Ja, die nehme ich mit runter. Ich habe die hier schon. Ich lege mir immer, äh, schmutzige Sachen auf die Treppe, damit ich nicht vergesse. Ich nerve, sagt er. Ähm, wir packen ein paar Sachen bei David ins Auto, dass er zur Baustelle fährt, dass er die mitnimmt. Ähm, und ich habe nämlich gerade so ein Paket bekommen mit so Deko-Kissen und so für die Kinderzimmer. Ja, das Paket, Schatz, das große. Das. Das sind fünf Pakete welches? Jetzt müssen wir das hier mal loswerden. Ich muss jetzt gerade selber mal gucken. Äh, also dieses, dieses auf jeden Fall. Ich muss jetzt mal gucken, was ist denn hier noch drin? Ne, das nicht. Also eigentlich, äh, das hier und die Kissen. Das auch. Ja, obwohl kann ich auch, ja. Könnte man schon, ja, ich habe hier die Kissen bestellt. Guck mal, wie schön. Ja, wo kommt es denn jetzt hin? Ja, das ist alles dekut. Ja, wo man mitnehmen kann. Könnte man eigentlich alles mitnehmen schon, weil ich habe hier in diesem Abstellplatz hier auch keinen Platz mehr langsam. Dann kann man sich wieder bewegen. Hallo. Boah, Leute, das ist nicht vorne. Ich habe jetzt meine Kamera wirklich hier unten liegen gelassen, den ganzen Tag. Ich habe sie nicht gefunden. Ich habe sie hierbei gesucht. Das ist unglaublich. Ja, wir waren, ähm, wir haben nichts Besonderes eigentlich gemacht. Wir waren auch nicht am Haus. Ähm, sonst hätte ich natürlich da auch filmen wollen. Aber wir waren nicht mit den Kindern. Wir waren wirklich nur spazieren bei den Wildschweinen. Und, ähm, ja, haben Family Day gemacht. Ja, heute auch wirklich, ehrlich gesagt, keinen Bock gehabt, da hinzufahren mit den Kindern. Obwohl ich mir die Waschtüche jetzt mal angucken möchte, live. Also ich habe die Waschtüche zwar gesehen, aber mit der falschen Platte. Und die richtige wurde jetzt Gott sei Dank geliefert, endlich. Uns wurden auch zwei Waschbecken ja vergessen. Die wurden jetzt auch geliefert, endlich. Und die hätte ich natürlich gerne mal aufgebaut gesehen. Ich weiß nicht, ob man es mitbekommen hat. In meinen Insta-Stories habe ich auch gezeigt, dass wir die Griffe austauschen wollen. Da waren nämlich so silberne, matte, ehrlich gesagt, billige Griffe tragen, die mir nicht gefallen haben. Und wir wollen die jetzt mit so Messinggriffen tauschen. Das sieht sehr viel hochwertiger aus. Also ich muss sagen, Griffe auszutauschen bei Möbelstücken macht wirklich wahnsinnig viel aus. Also solltet ihr mal probieren, wenn ihr mit irgendeinem Möbelstück nicht zufrieden seid. Ja, auf jeden Fall bin ich eigentlich gerade dabei, oben die Küche aufzuräumen. Wir haben den Elias hingelegt. Die Vivian ist noch nicht müde. Die ist noch wach. Milan auch. Und ja, ich wollte eigentlich auch alles für Ostern vorbereiten. Aber wenn die Kinder wach sind. Ich habe aber die Körbchen und alles schon fertig. Ich wollte nur noch die kleinen Geschenke einpacken. Ich habe hier die Osterkörbchen auch schon gefüllt. Und zwar ist das hier für die Vivi. Das ist Viviens Osterkörbchen. Ich habe da jetzt auch nicht so viel rein. Und Elias hat auch so ein Hase mit Narbe drauf. Das sieht man jetzt nicht richtig. Und für den Elias habe ich das hier geholt zu Ostern. So ein Spiel, wo man irgendwie so draufhauen muss mit dem Hammer. Und die Vivi hinkriegt. Voll süß. Ich zeige euch das gerade mal. Das hier. Das ist so ein Beauty Case. Sie ist ja eigentlich noch ein bisschen zu klein dafür. Aber alles aus Holz. So ein Kamm. Und ein Föhn, den sie hoffentlich dem Elias nicht auf den Kopf schlägt. Puderdöschen. Lippenstift. Lauter so. Ein Beauty Kit halt. Ein Spiegel. Das fand ich irgendwie ganz niedlich. Ja. Das habe ich für die Vivi geholt. Für Mina gibt es für seine Sammlung eine weitere Pokémon-Figur. Ich kann nicht so laut sprechen. Nicht, dass der mich hört. Genau. Ja. Und hier stoppen sich immer noch so ein paar Sachen. Das kommt natürlich dann auch noch ins neue Haus. Das liegt noch hier. Oh, diese schöne große Kissen. Ich weiß noch nicht, ob ich das auf die Couch legen werde. Oder ins Schlafzimmer. Mal schauen. Ja. Ansonsten machen wir uns wieder so eine Vorratsecke. Aber wir lassen diese Schränke hier. Obwohl die echt schön waren. Vermieten die aber dann mit. Und werden uns halt wieder sowas in der Art machen. Weil ich muss sagen, so eine Vorratskammer zu haben ist wirklich Gold wert. Schaut mal. Unser Keller ist auch leerer geworden. Ist immer noch voll. Aber etwas leerer. Wir haben ja ein paar Sachen schon letzte Woche rübergefahren. So viel halt immer ging. Aber diese Woche wollen wir halt möglichst viel hier rüberfahren. Auch Spielsachen, die wir hier im Keller lagern. Schon die ganze Zeit für die Kinder. Können wir eigentlich schon da einsortieren. Und ja. Meine geliebte Vasensammlung. Ich habe nur Angst, dass die beim Transport irgendwie kaputt geht. Obwohl die ist hier wirklich gut eingepackt. Ich habe die nicht einmal ausgepackt. Ich liebe diese Riesenvase. Und die habe ich überlegt, ob ich die vielleicht im Eingangsbereich hinstelle. Also vorm Haus. Mit eventuell echten Olivenbäumen oder so. Ich weiß noch nicht genau. Ja. Und dann haben wir hier halt ganz viel so Sachen, die sich ansammeln über die Jahre. Klamotten von Kindern. Weihnachtsdeko sehr viel von mir. Und ich glaube auch ganz viele Sachen, die man echt nicht mehr braucht. Da müsste man halt auch mal gucken. Dieses Dekoteil hier haben wir auch nie benutzt. Ist eigentlich voll cool. Wollten wir eigentlich auch für Milans, äh für Milans Zimmer, genau. Für Davids Büro. Vielleicht passt es sogar jetzt im neuen Büro auch irgendwo hin. Sieht irgendwie cool aus. Weil er ist ja auch Stier vom, ist das überhaupt ein Stier? Er ist Stier vom Sternzeichen. Keine Ahnung. Und das Bild wollten wir auch fürs neue Haus. Für sein Büro. Mal gucken, ob das gut passt. Äh, ja. Auf jeden Fall ist es etwas leerer geworden. Ja, die gucken ein bisschen Fernsehen und ich habe jetzt hier noch alles aufzuräumen. Oh, ich hasse es wirklich. Küche aufräumen ist echt so ein Traum, oder? Ich wollte euch eigentlich auch mein Essen zeigen. Ich habe Lachs gemacht. Das war ganz lecker. Von HelloFresh hatte ich wieder was bestellt. Ähm, ja. Jetzt muss ich das alles noch aufräumen. Also ich kann mich jetzt auch so nicht auf die Couch legen und relaxen, wenn das hier so aussieht. Ne. Um Gottes Willen. So, ich melde mich nochmal. Wir haben jetzt noch die letzte Folge von Are You The One geguckt. Wir lieben ja Trash-TV. Oh mein Gott. Ein Traumschraub zu sagen, aber es ist so. Ähm. Wir haben jetzt auch einen Umarm-Kuschelpulli angezogen. Ich war tagsüber heute zusammen, aber jetzt ist er genau richtig. Ich werde mich jetzt ans Video bearbeiten machen. Sorry, dass jetzt heute nichts vom Haus kam. Aber einige hatten sich ja tatsächlich mal so einen ganz normalen Alltagsflug zurückgewünscht. Obwohl ich gerade so echt zu haben überlegen bin, wie soll ich dieses Video eigentlich nennen. Weil bei uns ist der Alltag halt auch nicht unbedingt immer spannend. Ähm. Das macht es mir halt bei den Haus-Updates schon ein bisschen leichter. Aber ich hoffe, dass ich heute dann bald ganz viel zu erzählen habe im neuen Haus. Und darauf freue ich mich so wahnsinnig. Ich hatte ja auch gesagt, dass wir eigentlich Karfreitag umziehen wollten. Habe ich das schon gesagt? Ja, Karfreitag ging natürlich gar nicht. Wäre ja gestern auch gewesen. Ja. Aber es sind noch wenige Tage bis zum Umzug. Und ich nehme euch mit. Ich versuche euch auch beim Umzug mitzunehmen. Ähm. Keine Ahnung, wie stressig das wird oder wie das Ganze ablaufen wird. Ich bin sehr gespannt. Ich sehe gerade, mein Toaster ist übelst zerkratzt. Oh mein Gott. Shit. Und das war der tollste Toaster, den ich in meinem ganzen Leben gesessen habe. Naja. Ansonsten könnte man trotzdem noch was. So verkratzt. Ähm. Ja. Ich freue mich auf alles, was kommt. Und ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Und ähm. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Ciao.